Schön, dass Sie sich interessieren für das Studium katholische Theologie im Rahmen des Lehramts. Mein Name ist Manuel Stingelhammer, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Department für katholische Theologie und darf Sie in den nächsten Minuten einfach ein bisschen einführen, was an der Universität Passau in diesem Rahmen es zu studieren gibt. Seit 1622 gibt es bei uns die Theologie in Passau an der Ortsspitze, also nicht direkt am Campus, wir sind ein bisschen außerhalb und ich darf anfangen mit ein paar Schülerfragen. Schülerfragen Klasse 2 bis gymnasiale Oberstufe. Lassen Sie sich da einfach mal mitnehmen. Warum macht Gott meinen Opa nicht wieder gesund? Gab es die Wunder Jesu wirklich? Wozu braucht es die Kirche? Ist es wirklich wahr, was in der Bibel so steht? Warum gibt es den Zölibat? Und so weiter und so fort. Vielleicht kommen Ihnen solche Fragen selbst in den Sinn oder diese Fragen sind Ihnen auch schon begegnet in Ihrem eigenen Religionsunterricht. Es sind Schülerfragen und diese Fragen sind eigentlich der Ausgangspunkt für jegliche Theologie. Es wird gleich deutlich, dass es im Theologiestudium um das Eingemachte geht. Es geht ums Ganze. Es geht um Fragen, die das Innerste des Menschen betreffen. Fragen, die jenseits sind von Kreuzworträtseln, Bilanzierungen, Whatsapp-Nachrichten. Wer Theologie studiert, entscheidet sich dafür, den Dingen auf den Grund zu gehen. Natürlich, wer Theologie studiert, entscheidet sich auch dafür, sich mit der Gottesfrage auseinanderzusetzen, sich mit diesem Gott auseinanderzusetzen, mit der Frage, ob er existiert, ob es ihn gibt, wenn ja, wie er ist oder wie er nicht ist. Und, das ist die Gefahr, entscheidet sich dafür, dass diese Gottesfrage, dass sie ihn ein Leben lang umtreibt. Wer Theologie studiert, der verabschiedet sich auch von einer Phrase, nämlich dieser Phrase, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Denn wer Theologie studiert, setzt sich vernünftig, wissenschaftlich mit Fragen des Glaubens, mit Fragen der Religion auseinander. Und da gibt es eben aus christlicher Perspektive natürlich auch ein richtig oder ein falsch, gerade wenn sie an Extremsituationen wie im Namen Gottes Krieg führen denken. Wer Theologie studiert und wenn sie sich dafür interessieren, kann ich nur sagen, man vernetzt Leben, Denken und Glauben auf ganz einzigartige Art und Weise. Tradition und moderne Wissenschaft, 2000 Jahre Kirchengeschichte und moderne Wissenschaft in der Exegese, in der Bibelauslegung, wo man mit ganz modernen Techniken an Bibeltexte etc. herangeht. Was Sie mitbringen sollten, wenn Sie sich dafür interessieren und wenn Sie Theologie studieren wollen. Zunächst mal ganz grundsätzlich einfach neugierig sein. Neugier, Offenheit für theologische Fragen. Für diese theologischen Fragen, die auch zu Beginn in den Schülerfragen schon angezeigt waren und sind. Sie müssen fragen wollen. Offenheit mitbringen für Theologie, für Glaube, für Religion, aber auch für Kirche natürlich. Und eine Lust am Denken, eine Lust am Nachdenken. Einen eigenen Kopf, eigene Gedanken. Es geht nicht darum, fertige Gedanken einfach immer nur nachzudenken, irgendetwas nachzubeten, sondern selbst kritisch die Dinge zu begleiten, mit deinem eigenen Kopf mitzudenken. Ein kritischer Geist. Das ist, was bei uns gefragt ist. Lust auch auf Persönlichkeitsentwicklung. Denn ein Theologiestudium wird Sie auch in Ihrer Person betreffen. Die Fragen zu Beginn haben es deutlich gemacht. Es sind Fragen, die uns im Innersten betreffen, in unterschiedlichen Lebensphasen ganz unterschiedlich. Aber sie betreffen uns. Und deshalb wird es Ihre Person betreffen und wird sich Ihre Person weiterentwickeln. Es geht um eine Persönlichkeitsentwicklung, die wir auch fördern wollen im Rahmen des Mentorates. Und ganz grundsätzlich, wenn Sie Lehrerinnen und Lehrer werden wollen, ob in Religion oder ob in anderen Fächern, Sie brauchen einfach die Freude an der Arbeit mit jungen Menschen. Das halte ich für die absolute Grundvoraussetzung. Wenn Sie die nicht haben, lassen Sie die Finger davon. Wenn ich es zusammenfassen möchte, würde ich sagen, was sollen Sie mitbringen? Einen religiösen Spürsinn, einen Geschmack daran, einfach zu suchen, nach Gott zu suchen, nach theologischen Fragen zu suchen, sich nicht mit oberflächlichen Antworten zufrieden zu geben. Ja, das sollten Sie mitbringen. Was dürfen Sie erwarten, ist die nächste Frage. Und Sie können einiges erwarten. Bei uns am Department für katholische Theologie studieren zurzeit 400 bis 500 Studierende. Bei uns, uns zeichnet das ein bisschen aus, die Betreuung, das Betreuungsverhältnis. Bei uns, wir haben ein sehr familiäres Verhältnis. Die Dozierenden kennen gewöhnlich ihren Namen. Das kann von Vorteil sein. Manche empfinden es auch als Nachteil. Aber wir haben eine gute Betreuung, eine gute Betreuungssituation. Wir halten die Praxis sehr hoch. Wir wollen sie nicht nur theoretisch fundiert ausbilden. Das ist wichtig, denn Sie sollen ja auch wissen, warum mache ich später was. Wir haben Einrichtungen wie die Lernwerkstatt, wo es wirklich darum geht, ganz praktisch, wie bereite ich Unterricht vor mit den Unterrichtsmaterialien, mit den Lehrplänen, mit den Schulbüchern etc. Viele Praktika, die Sie durch Studium begleiten. Und es geht auch darum, über den Tellerrand hinaus zu schauen, Schlüsselkompetenzen zu belegen. Also zum Beispiel Veranstaltungen, wie führe ich sinnvolle Elterngespräche, wie Stimmbildung, wie setze ich meine Stimme schonend und effektiv ein. Und eine ganz wichtige Einrichtung bei uns im Haus ist die studentische Hochschulgruppe Kontakt. Und zwei Studierende, Moritz und Johanna, werden jetzt dann Ihnen einfach ein bisschen aus studentischer Sicht deutlich machen, was Sie an dem Theologiestudium schätzen und was Sie als sehr positiv erleben. Was kann ich denn aus meiner Studentensicht sagen? Ich kann für mich selber sagen, dass ich wirklich gerne ein Pastor studiere. Ich bin hier wirklich gut aufgehoben. Ich fühle mich in der Theologie wirklich wohl. Es ist ein wunderschönes atmosphärisches Verhältnis, nämlich was wir haben. Man kennt die anderen Studenten per Namen. Man kennt die Dozenten per Namen. Die Dozenten kennen einen selber per Namen. Ich kenne das von anderen Unis, da ist das gar nicht so, da ist man nur eine Matrikelnummer. Gerade da sehe ich einen wunderschönen Vorteil, den wir bei uns im Haus haben. Man kennt sich und man spricht miteinander, auch einfach auf dem Gang. Man sagt Hallo. Und ich finde, das gehört einfach zum Menschlichen dazu. Diese Atmosphäre zeigt sich aber natürlich nicht nur im Persönlichen, sondern auch wirklich im Studienalltag, in den Vorlesungen, in den Seminaren. Es ist so, dass wir dadurch ein wahnsinnig angenehmes Arbeiten haben, was natürlich durch die Beteiligung von unserer schönen Atmosphäre in einem qualitativen Standard wiedersehen. Das heißt, ich als Studierender kann einfach meine eigenen Fragen sagen. Ich kann konkret auf meinen Anliegen mit den Dozenten reden. Und dadurch ermöglicht sich ein Gespräch. Und meiner Meinung nach entsteht erst dadurch richtige Bildung. Nicht, dass wir einfach hier nur ausgebildet werden in unserem Studium, sondern es geht darum, dass wir wirklich gebildet werden und uns in Theologie frei bewegen können. Diese freie Bewegung zeigt sich natürlich nicht nur in der Theorie, sondern mit der Lernwerkstatt haben wir hier in Passau auch die Möglichkeit, Theorie und Praxis zu verbinden, was ich sehr, sehr angenehm finde, weil ich als späterer Lehrer brauche das natürlich auch irgendwo. Ich möchte nicht nur theologische Inhalte hören, die gehören natürlich sehr wohl dazu und ich finde sie auch sehr relevant und interessant. Aber auch die Praxis spielt eine wahnsinnig relevante Rolle. Ja, zu der guten Atmosphäre, die mein Studienkollege, der Moritz, schon erwähnt hat, gehört auch ganz stark die Hochschulgruppe Kontakt, die es hier in Passau gibt. Und ich bin selber jetzt im ersten Semester dieses Studiums, war letztes Jahr in genau der gleichen Lage wie ihr, war ein bisschen ängstlich, noch ein bisschen unschlüssig, was das Studium betrifft und wurde aber gleich von Anfang an durch Kontakt sehr gut eingebunden, durch die Veranstaltungen, die die Hochschulgruppe organisiert, mit einer Nikolaus-Aktion, mit einer Erstsemester-Aktion, mit einer Kneipentour, auch mit dem spirituellen Begleitprogramm in Kooperation mit dem Mentorat und auch mit den Lehrenden. Also man fühlt sich gleich willkommen und auch gut unterstützt im Studium. Das ist wirklich sehr besonders hier durch die persönliche Atmosphäre der Studierenden, der Lehrenden. Also für mich sind die Pluspunkte am Studium hier einerseits Passau als wunderschöne grüne Stadt, mit den Flüssen, mit der Natur in der Umgebung, dann die fachliche Qualität in Kombination mit der wertschätzenden Atmosphäre, besonders an der KT und auch einfach die Gemeinschaft, in die man sich eingebunden fühlt, so als ganze Person willkommen ist, nicht nur jetzt als irgendeine Nummer von Studierenden, oder die irgendetwas leisten muss. Ja, Sie haben Möglichkeiten, im Lehramtsbereich, also das unterschiedlich zu studieren, die katholische Religionslehre natürlich im Lehramtsbereich für die Grundschule, als Unterrichtsfach Theologie zu belegen, beziehungsweise als Didaktikfach genauso im Mittelschulbereich. Im Bereich der Lehramt Realschule ist es mit den Fächern Deutsch, Englisch oder Mathematik in der Kombination möglich, Zusatzinformationen. Es gibt bei uns ja auch die Möglichkeit, diesen Bachelor of Education und den Master of Education zu machen, der sich sozusagen im Lehramtsbereich an der Realschule andockt. Und das Lehramt Gymnasium, da ist sozusagen in der Fächerverbindung möglich mit Deutsch, Englisch, Mathe oder mit Sport. Im Lehramtsbereich Gymnasium gibt es eine sprachliche Voraussetzung, nämlich in Altgriechisch und Latein. Wenn Sie das nicht mitbringen, ist es kein Problem, Sie können das an der Universität nachholen. Natürlich ist sowas anstrengend, weil das werden wir immer wieder gefragt. Natürlich ist es anstrengend, aber es wird Ihnen geholfen und die Studierenden, die das machen, sagen, man kann gut durchkommen. Latein geht es um das sogenannte B2-Niveau, das Sie hier mitbringen sollen oder hier dann an der Universität nachholen können. Wenn also Ihrem Zeugnis steht, dass Sie Lateinkenntnisse im Sinne eines kleinen Latinums mitbringen, ist das ausreichend. Ich darf Ihnen die einzelnen Disziplinen einfach noch zeigen, die Sie in der katholischen Theologie erwarten. Also Sie sehen es bereits hier an der Tafel. Eine Disziplin, die natürlich sofort ins Auge fällt, ist die Religionspädagogik und Didaktik. Also wie setze ich dann das Ganze natürlich in der Schule um? Wie laufen dann da die religiösen Lernprozesse in der Grundschule, in der Mittelschule, im Gymnasium? Aber wir haben noch mehr Fächer natürlich, die wichtig sind, um sozusagen für sich die nötige Basis zu bekommen, um auf solche Schülerantworten, die Sie zu Beginn gesehen haben, auch antworten zu können. Also zum Beispiel die Kirchengeschichte, die biblische Theologie, also wie sind denn biblische Texte zu verstehen? Wie muss ich sie denn lesen? Wie darf ich sie nicht lesen? Wie darf man sie nicht verstehen? Den Bereich der christlichen Ethik, also wie handele ich denn richtig? Es geht darum, wie mache ich denn aus meinem Leben etwas und nicht nur etwas, sondern das Richtige? Dann der Bereich der Dogmatik, also was glauben wir Christen denn eigentlich? Was ist denn so der Glaubensinhalt, das Zentrum und die Fundamentaltheologie, die sich damit auseinandersetzt? Welche Rolle spielt denn das Christentum? Spielt denn der christlichen Glaube in einer pluralen Gesellschaft, in Verbindung mit den anderen Weltreligionen? Wenn es diesbezüglich Fragen gibt, Sie dürfen mich jederzeit anmailen und gerne nachfragen. Selbstverständlich stehe ich dann auch beim Live-Chat am 21.03. ab 12.20 Uhr zur Verfügung und werde versuchen, Ihre Fragen dann zu beantworten. Wenn Sie Lehrerinnen und Lehrer werden wollen, brauchen Sie die Freude an der Arbeit mit den Kindern, mit den Jugendlichen. Man muss sie mögen. Sie unterrichten nämlich später kein Material, sondern Menschen. Das halte ich für ganz wichtig. Bringen Sie eine gewisse Offenheit, ein Interesse mit. An Gott, an Kirche, an Glaube, an Religion. Ja. Sie sollten Lehramt, Religion, glaube ich, nicht studieren, wenn Sie ein möglichst einfaches Fach suchen. Das geht meistens in die Hose. Studieren Sie es nicht, wenn Sie nicht neugierig sind auf Religion, auf Glaube, auf Gott. Sie brauchen keinen Glauben, keinen fertigen Glauben mitzubringen. Den gibt es sowieso nicht. Aber eine gewisse Offenheit, eine gewisse Neugier, einen gewissen kritischen Geist, auch Glauben, den eigenen Glauben, die eigene Position weiterzuentwickeln. Und Sie müssen nicht jeden Sonntag in die Kirche gehen oder dreimal am Tag beten, um hier bei uns studieren zu können. Sie müssen nicht zu allem Ja und Amen sagen, was ein Vertreter der Kirche sagt oder mal gesagt hat. Ja. Wenn Sie sich hier, wenn das auf Ihr Interesse gestoßen ist, kann ich Sie nur einladen, bei uns der Studie zu beginnen. Sich mit mir in Verbindung setzen, wenn Sie noch weitere Infos brauchen. Ich glaube, wir haben eine ganz gute Atmosphäre und bei uns kann man ganz gut und sinnvoll studieren. So wie ich eingestiegen bin mit den Schülerfragen, möchte ich auch aussteigen. Nämlich mit Fragen von Studierenden aus den ersten zwei Semestern, die Sie formuliert haben, nachdem Sie sich mit dem ersten Einführungskurs beschäftigt haben. Sie sehen hier also einige dieser Fragen, ob das Studium der Theologie den Glauben verändern wird, ob man hinter allem stehen muss, was die Kirche sagt. Natürlich nicht. Was brauche ich, um eine gute Religionslehrerin, Religionslehrer zu sein? Was bringt mir Glaube? Mit diesen Dingen werden Sie sich im Studium auch bestätigen, intensiv. Auf viele Fragen werden Sie keine definitive und endgültige Antwort finden, aber Sie werden sich damit auseinandersetzen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und vielleicht bis bald.